hallo und herzlich willkommen zurück zu abys odyssey wir haben diesmal eine relativ gute karte wo relativ leichte karten drauf sind haben schon zwei heiltränke wir sind jetzt auf level 11 das heißt das sieht auch schon mal besser aus noch zwei noch zwei von diesen sachen hier eines macht armband und noch ein ring der dunkelheit ok und dann schauen wir doch mal wie es hier weitergeht da waren wir auch noch nicht checkpoint können wir leider nicht festlegen weil nun ja wir haben keine mehr aber da steht auch noch jemand ein feuerkart einer versauberes ding winterring nee das ist nicht wirklich was was nicht so interessiert ein weiteres toten wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen naja gut lasst uns mal weitergehen so was soll denn das na also geht doch warum nicht gleich so jetzt müssen wir noch nachher hochkommen wieder moment er mit dem hochkommen habe ich manchmal noch relativ viele probleme man gewöhnt sich irgendwie dran so unsere hilfe ist auch hier sehr schön oh nee wir haben boss gegner ach stimmt ich glaube ich erinnere mich dass du ja das ist wir ja ja aber ja ja bal Ich dachte, ich lege mal ein Dings ein, ein... Oh, Menschenskinder. Ah, den Hammer. Wow, klasse. Leider hat er einen falschen Waffentyp. Sehr schade. Na gut, dann ins nächste Level. Huiuiui, Bosskampf. Aber ich glaube, das war auch der einzigste auf diesem Weg hier. Glaube ich jedenfalls. Ah. Glaube ich, das wäre man doch einfach vergiftet. Was war das jetzt? Oh Mann, oh Mann. Oder war das das Gift, die gerade hier Probleme so macht? Ja, machen wir mal. Ja, danke schön. Aber es gab XP. Und sofern will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Moment mal. Da oben gibt es doch noch was. Falsche Waffe wieder. Warum finden wir fast immer noch falsche Waffen? Okay. Den Hammer. Das Dings haben wir auch. Die Kiste, was es war, glaube ich. Müssen wir nur noch hier wieder hochkommen. Sehr gut. Das war die falsche Waffe leider. Wo? Ah. So, jetzt noch den einen hier. Ah, Mann. Ja, wir haben. Oh, da höre ich doch schon wieder Musik. Das heißt, hier ist irgendwo wieder so ein Gitarrenspieler. Oder war der da oben? Den, wo wir eben hatten. Oh, da geht es auch schon wieder ins nächste Level runter. Und das finde ich gut. Ja, das ist da. Das nehmen wir noch mit. Checkpoint können wir leider nicht machen. Oder beziehungsweise. Ah, ein Lagertoken. Oh, sogar ein Lagertoken 2. Nur geringfügig. Teurer. Weißt du was? Den holen wir uns. Und den setzen wir auch hier. Was? Äh. Blödes Vieh. Und den setzen wir hier auch gleich ein. Und da haben wir sogar einen Zweier gehabt. Das ist nicht schlecht. Das ist soweit nicht schlecht. Dann, äh. Ach, halt mal. Ich dachte, den Bossgegner hätten wir schon gehabt. Jetzt haben wir im nächsten Level wieder so ein Dings. Oh. Seltsam. Na ja, gut. Dann müssen wir mal schauen. Ob das, äh. Ich dachte, das wären mehr leichte Levels gewesen. Na ja, gut. Dann müssen wir doch mal schauen. Was uns im nächsten Level erwartet. Wie gesagt, ich dachte, das wäre dieser Bossgegner schon gewesen. Den wir schon gehabt haben. Aber vielleicht zählt er gar nicht als Boss. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall regnet's. Gut. So, jetzt noch den anderen. Hey, haust du grad ab? So, da oben ist aber noch ein, äh, eine Kiste. Ich meine, ah, sogar zwei Kisten. Ah. Lass mal dieses blöde Zeug da wegmachen. Aber wenigstens ist die auch vergiftet worden. Das ist ja immerhin etwas. So, weiter runter geht's. Ah, okay. Das war knapp. Aber es hat zum Glück anscheinend keine Auswirkung gehabt. Ist da drüben irgendetwas? Von dem wir wissen wollen. Ja, da könnten wir wieder ein Token reinnehmen. Äh, das ist falsches Ding. Null Fertigkeiten. Na gut. Token haben wir jetzt auch nicht zum Einsetzen. In dem Fall weiter runter mit uns. Weiter runter. Waren wir überhaupt schon einmal so tief weit unten? Ich glaub's fast nicht. So, hier kommt auf jeden Fall der nächste Boss. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay, diesmal ist es ein richtiger Boss. Wow. Das, ich dachte, das andere wäre so ein Dings gewesen. Und ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet. Oh, Mann. Das sieht ja schl... Ah, dieses blöde, blöde Pferd. Das sieht alles andere als gut aus. Ah, wie kommt man an diesem blöden Pferd vorbei? Oh, nee. Na, toll. Okay, und jetzt müssen wir noch gegen den kämpfen hier, weil wir nicht mehr rauskommen. Ja, das ist ja toll. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, irgendwie bezweifle ich das doch mal. Andererseits, er hat auch nicht mehr so viel da. Nee, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, ich wollte doch das daneben noch. Ah. Cool. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit anscheinend. Moment mal, wie kann ich denn die da nochmal ausrüsten? Ah, genau. Was ist denn das da? Ich hab keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist. Stein ist jetzt irgendwie auch dabei. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist. Ich lass das jetzt einfach mal. Ähm, eine Fähigkeitspunkt. Ja, das lassen wir mal, glaube ich. Aber voll cool. Wir sind wieder mit ihr unterwegs. Wir haben leider nur den Ring verloren. Und sind relativ niedrig von HP. Naja gut, aber wir haben immerhin einen Bosskampf geschafft. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mehr als ich jetzt so erwartet hätte, dass wir das schaffen. Aber ich glaub, das war jetzt auch wirklich der einzigste. Äh, einziger. Hoppala. Ja, machen wir mal. Dankeschön. Das gibt ein bisschen XP, das kann man immer brauchen. Und weiter geht's. Was mich gerade ein bisschen, äh, bedrückt ist, dass unsere... Dass unsere HP so weit unten ist und wir keinen Heiltrank mehr haben. Das finde ich ja im Moment nicht so toll. Ach, der lebt ja noch. Gut, jetzt nicht mehr. Und HP sieht doch schon ein bisschen besser aus. Was haben wir denn da unten? Da geht's auch... Da geht's ja schon weiter. Ah, und hier geht's auch rüber. Ja, alles klar. Ah, sehr schön. Dann haben wir jetzt halt das leicht noch... Das war das leichte Level. Jetzt kommt dann als nächstes so ein mittleres Level. Beziehungsweise zwei Stück. Da ist gute Frage, ob wir da irgendwie relativ schnell vorbeikommen. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal das Tor hier auf. Oh, und da haben wir keine Schlüssel für diese Truhe. Na ja, gut. Dann geht's halt ins nächste Level runter. Ein mittleres Level, hm. Ich hätte es eigentlich ganz gerne mal gehabt, dass wir da... Das war da. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich war grad ein bisschen zu abgelenkt. Ach nee, ist da schon wieder so ein kleiner Bosskampf? Ah, Schande. Und das mit so wenig HP. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Dankeschön. Da drüben sind auch Ton. Ich glaub zwar, das ist wahrscheinlich wieder... Nee, noch nicht mal. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt eine Falle, aber... War es anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir so einen kleinen Zwischenboss anscheinend... ...erledigen. Da kommen wir anscheinend nicht drumherum. Oh, nee. Ist jetzt aber noch mal so ein Gegner da? Na, toll. Und es war irgendwie so klar. Ah, eingefroren. Das ist natürlich nicht so toll. Ah, nee. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Das ist ein bisschen zu heftig. Und wir sind so weit gekommen. Und wir sind so weit gekommen. So ein Mist. Dann geht's wohl zum Token zurück. Das Problem, das ich jetzt im Moment sehe, ist... ...heißt es, wir müssen diesen Bossgegner nochmal neu machen. Den wir dazwischen hatten. Den hier, oder ist der jetzt schon erledigt? Gute, gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Und es sieht auch nicht so ganz so toll aus, weil wir haben uns ja auch nicht mehr unsere Waffen. Und nix. Naja, gut. Machen wir mal in der nächsten Folge weiter und schauen mal, wie es dann aussieht. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.